Der kostenlose DLC von Legendary Pact 2 ist seit gestern für Xenoverse 2 verfügbar, das heißt jeder kann es runterladen und mit diesem kam die Super Saiyan God Verwandlung. Im heutigen Video sprechen wir darüber, wie ihr sie freischalten könnt und wie ihr das auch am schnellsten machen könnt. Das erste, was ihr für die Super Saiyan God Verwandlung in Xenoverse 2 benötigt, ist, dass euer Spiel auf die Version 1.17 geupdatet worden ist. Das passiert im Normalfall komplett automatisch auf der Konsole und auch auf dem PC, wenn nicht, dann stellt einfach sicher, dass die Version 1.17 angezeigt wird, genauso mit diesem Bildschirm am Anfang des Spiels. Was dabei relativ wichtig ist, ihr könnt die Super Saiyan God Verwandlung mit jedem Charakter freischalten, ihr könnt sie am Ende aber nur mit einem männlichen Saiyan benutzen. Das heißt, wenn zum Beispiel euer Hauptcharakter Level 99 ist und Namekiana ist, ist das überhaupt kein Problem, ihr könnt alles, was ihr für die Super Saiyan God Verwandlung benötigt, mit diesem machen und dann einfach den Skill freischalten und dann eben auf den männlichen Saiyan ausrüsten. Bedeutet, ihr habt Version 1.17 und das erste, was ihr machen müsst, ist die 7 Dragon Balls zu farmen bzw. zu aktivieren, falls ihr sie bereits vorab gefarmt habt. Ich habe bei mir auf meinem Kanal bereits 2 Videos gemacht, wie ihr schnell und einfach Dragon Balls farmen könnt, aber grundsätzlich könnt ihr über Parallel Quests die Time Patroller in sie haben, die Möglichkeit haben, Dragon Balls zu farmen. Es gibt ein paar Quests, wie zum Beispiel die Parallel Quest 4 oder die Parallel Quest 23, die sind eher so für Anfänger geeignet. Und wenn ihr ein bisschen weiter im Spiel schon seid, dann würde ich euch eher die Parallel Quest 79 mit den Wehraffen empfehlen, denn dort könnt ihr diese auch relativ schnell erfahren. Wie gesagt, in den Videos findet ihr in der Videobeschreibung, gehe ich ein bisschen genauer darauf ein. Der nächste Schritt, wenn ihr die 7 Dragon Balls habt, ist dann relativ einfach. Ihr geht einfach zu dem Podest von Shenlong, falls ihr nicht wisst, wo er ist, hier auf der Karte nochmal kurz dargestellt und ihr beschwört ihn mit den 7 Dragon Balls. Er hat einen neuen Wunsch am Start und der nennt sich, ich will ein Super Saiyan God werden. Diesen Wunsch müsst ihr einfach bitten und dann bekommt ihr auch ein Bildschirm, der euch eigentlich erklärt, was ihr jetzt machen müsst, um eben die Super Saiyan God Verwandlungen freizuschalten. Zum einen müsst ihr jetzt als nächsten Schritt 5 Ausbilder auf die maximale Freundschaft bringen. Das sind einmal Son Goku, Vegeta, Son Gohan und Videl, Gotenks und Pan. Und das macht auch irgendwie Sinn, denn das ist der Ritual für die Super Saiyan God Verwandlung. Und das bedeutet, ihr solltet schauen, welche habt ihr schon. Und bei mir fehlen auch ein paar und deswegen zeige ich euch jetzt, wo ihr diese Ausbilder findet und danach auch noch, wie ihr sie am schnellsten in der Freundschaft hochbekommt. Als ersten Ausbilder sagen wir einfach mal Pan. Pan findet ihr etwas nördlich von der Orange Star High School, welche ganz westlich in Conton City ist. Die ist unten auf dem Parkett und wartet dort auf euch. Ihr müsst sie ansprechen und sie dann als Ausbilderin auch auswählen. Nicht trainiert, sondern sei mein Meister und könnt dann sie zum Beispiel hochpumpen. Son Gohan und Videl findet ihr etwas südlich von Pan und zwar genau vor der Orange Star High School. Bedeutet auch hier einfach ansprechen, sobald ihr einen anderen Meister habt oder ihn als Meister auswählen möchtet. Auch Gotenks befindet sich ungefähr in dem gleichen Bereich und zwar etwas nördlich von der Orange Star High School auf einem der Gebäude. Ihr müsst einfach hochfliegen und dann könnt ihr Gotenks ansprechen und ihn auch als Meister auswählen. Und nun fehlen nur noch Goku und Vegeta und da habe ich tatsächlich etwas, was ich euch zeigen möchte. Normalerweise wäre Goku ungefähr dort, wo auch sein Haus als Kind ist. Das ist zwischen Son Gohan Kid als Meister und Whis als Meister, da an der Kreuzung. Und Vegeta befindet sich links von den Treppen, die hoch zum Zeitnest führen, auf einen der Höhungen, eigentlich ziemlich genau hinter den großen Zeitriss. Bei mir seht ihr aber, die sind gerade nicht da. Das liegt daran, dass ihr, sobald ihr zwei oder mehr Meister auf 100% Freundschaft habt, werden diese zwei verschwinden und die findet ihr dann in der Orange Star High School. Wenn ihr das erste Mal dort reingeht, werdet ihr eine kleine Cutscene haben, wo sie erklären, wie stolz sie auf euch sind. Und deswegen sind zum Beispiel sowohl Goku wie Vegeta bei mir dort noch drinne. Heißt, wenn ich sie noch nicht auf Max hätte, würde ich sie dort finden. Aber, naja, wenn ich sie noch nicht auf Max hätte, würden sie auch nicht dort sein. Und nun geht es darum, wie wir diese Meister im schnellstmöglichen Wege auf Maximalfreundschaftsstufe bringen. Und das ist also zum einen, ihr solltet schon einmal all ihre Fähigkeiten gelernt haben. Das heißt, bei ihnen die ganzen Prüfungen gemacht haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr den Meister als Meister ausgerüstet haben. Das heißt, ihn drum gebeten haben. Und dann kommt es darauf an, seid ihr ein neuer Spieler oder seid ihr ein Spieler, der ein bisschen weiter ist und der auch den Extra Pack 2 hat. Erst einmal, wenn ihr ein komplett neuer Spieler seid, dann ist das nicht so schlimm. Es gibt auch dort Wege und Mittel. Geht einfach zu den Parallel Quests und sucht eine einfache Parallel Quest aus, wo ihr sagt, hey, da schaffe ich definitiv einfach einen Set-Abschluss. Diese Parallel Quest macht ihr. Und zwar nehmt ihr euren Meister als Charakter zweimal mit. Und im Bestfall nehmt ihr auch noch die Skills, die ihr von ihm gelernt habt, mit und nutzt diese. Das müsst ihr immer wieder machen, checkt dann immer wieder, wie die Freundschaft hochgegangen ist und irgendwann habt ihr sie dann auf Max. Die zweite Möglichkeit ist, falls ihr den Extra Pack DLC 2 besitzt, denn dort bekommt ihr ja die unendliche Geschichte. Und die unendliche Geschichte ist etwas, was darauf ausgelegt ist, mit eurem Meister zu machen. Bedeutet, ihr sucht euren Meister aus und dann geht ihr einfach in die unendliche Geschichte rein und macht der heldenhafte Tapion erwacht. Immer wieder, das ist eines der schnellsten Quests, die ihr machen könnt. Und nach ungefähr 5, maximal 6 Mal habt ihr den Meister dann direkt auf 100%. Wenn ihr dann alle 5 Meister auf maximale Freundschaft habt, müsst ihr nur noch wieder zu der Orange Star High School und dort mit Beerus sprechen. Beerus wird euch daraufhin den Skill Super Saiyajin Gott geben und damit könnt ihr das dann bei jedem männlichen Saiyajin Charakter ausrüsten. Wichtig ist, es geht tatsächlich nur bei männlichen Charakteren, was ein bisschen Sinn macht von der Lore her, da bis dato nur Vegeta und Goku eigentlich diesen Status erreicht haben. Und insgesamt ist diese Verwandlung eher für Nahkämpfer-Builds gut, denn die wird euch 30% Boost auf eure normalen Schlagangriffe geben. Es gibt keinen Boost auf Ki oder sonst was, aber es ist eben eine andere Verwandlung, die vielleicht für die ein oder andere Spielweise durchaus interessant sein kann. Ich hoffe euch mit diesem Video kurz und knapp erläutert zu haben, wie ihr das schnell freischalten könnt. Falls es euch geholfen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch einen von meinen kommenden Xenoverse 2 Videos anschauen, denn ich werde mir jetzt sowohl die Story nochmal anschauen, wie aber auch die ganzen neuen Sachen von den Legendary Pact 2 hier auf dem Kanal bestimmten in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen vorstellen.